Der Münsteraner Stadthafen ist ein Mix aus Alt und Neu, aus Industrie und städtischem Naherholungsgebiet. Doch wie kam es zu dieser bunten Mischung? Im Jahr 1896 beginnt der Bau des Hafens außerhalb der damaligen Stadtgrenzen. Vor allem sollen hier Holz und Getreide nach Münster verschifft werden. Zunächst geht dieses Konzept gut auf, bis im Ersten Weltkrieg der Warenumschlagzeitweise zum Erliegen kommt. In der Zwischenkriegszeit erholt sich der Hafen und es entstehen Kornspeicher und ein großes Holzlager, die heutigen Osmohallen. Während der Nazi-Herrschaft wird der Hafen dann zunehmend für den Transport von Baustoffen nach Münster verwendet, um damit Wehrmachtsgebäude zu errichten. Im Zweiten Weltkrieg ist der Hafen trotz starker Bombardierung ständig in Betrieb. Dafür müssen viele Zwangsarbeiter die Trümmer beseitigen und dafür sorgen, dass es weitergeht. Am Ende des Krieges ist der Hafen dann aber vollständig zerstört. Nach umfangreichen Aufräumarbeiten und der Wiedereröffnung 1946 übergibt die Stadt Münster den Hafen wenige Jahre später den neu gegründeten Stadtwerken. In den folgenden Jahrzehnten werden zeitweise jährlich mehr als eine Million Tonnen Waren umgeschlagen, größtenteils Baustoffe und Kohle für das neue Kohlekraftwerk. Inzwischen hat sich das aber geändert. Seit den späten 80er Jahren ist der Warenumschlag mehr und mehr zurückgegangen. Einige Firmen betreiben nun private Kais außerhalb des eigentlichen Hafengebiets und insgesamt hat sich der Güterverkehr zunehmend auf die Straße verlagert. Außerdem haben die Stadtwerke das Kohlekraftwerk wieder geschlossen und es durch ein Gaskraftwerk ersetzt. So hat der Hafen seine frühere Bedeutung verloren. Seit der Jahrtausendwende greift auf der Nordseite des Hafens nun das städtebauliche Konzept Kreativkai.